So, hallihollo, hallöchen, liebe Zocker und YouTuber, da hinten springt die vierbeinige Jenny herum, die Olle ist irgendwo anders, nein, die stehen da, da vor mir stehen sie, und wir haben wieder angefangen, jawohl, mit 7 Days to Die, weil es wurde Amok gepatcht und ich habe keine Ahnung, was eingebaut wurde, das erzählt wahrscheinlich wieder die Jenny, ne? Hi Jenny! Hallo ihr bei, ja wie immer, ich würde sagen, Zombie, pass auf, die Animationen sind anders. Ja, ich merke schon. Oh, okay, also Alpha 11, ne, ups. Der sieht auch viel schöner aus als vorher, der Zombie, ne? Ich habe mich gesaved. Was machst du da oben? Ah, für Scheiße! Jetzt sieht nicht so toll aus, was du da machst. Was tust du, Jale? Ihr könntet mich ruhig... Pam, pam. Guck mal, ich bin Rocky Balboa. Ja, zünd die mal an, Jenny, genau. Das funktioniert, glaube ich, gar nicht mehr. Was? Oh, ich habe ihn umgehauen. Aber die Animation ist irgendwie noch ziemlich FPS-lastig. Ich merke auch, ich habe... Könnt ihr mich mal ganz kurz protecten hier? Guckt euch mal meinen Jab an. Was ist hier? Nein! Machen wir es mal so. So, was ist jetzt hier? Das fängt ja gleich toll an. Was war das denn jetzt? Level auf. Level auf. Was, echt jetzt? Level aufgestiegen, ja. So hört sich das jetzt an, oder was? Woran bin ich jetzt besser geworden? Fink dich, du kleiner Zombie. Kann ich jetzt Skill-Punkte verteilen? Nein. Ich will aber. Geht aber nicht. Du bist jetzt schon aufgestiegen? Also, Freunde, ne? Also, Alpha 11, Jenny, hau rein, erzähl mal jetzt. Was ist neu? Ich habe vieles dazu neu dazugekommen, Jolle. Wo soll ich anfangen? Als erstes mal bleiben die Zombies liegen. Au. Echt jetzt? Hinter dir. Hinter dir, Fleck, hau da mal. Ach, ich kann es auch hier wegzukommen. Mann. Okay, blutig. Aua, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Leute, hier liegt ein Zombie, den wir schon getötet haben. Und das ist warum gut? Das ist nicht gut. Und da wird irgendwann Erde draus. Ach so. Wie, aus dem... Ey, jetzt brauche ich ja manchmal eure Hilfe, sonst bin ich ja gleich tot. So. Oh Gott. Da wird Erde draus? Die verrotten? Jep. Die verrotten. Okay. Was ist, wenn man jetzt so lange auf den einschlägt? Dann geht's ja weg. Ist das gut oder nicht so? Ja, weil dann den Boden gleich lässt. Du zuppelst hier irgendwie? Ruckelt ihr auch so? Ruckel ich irgendwie vor euch hin? Ja. Ah, okay. Also ihr seid bei mir ganz normal. Oh, wieso? Was ist denn jetzt los? Mann, ey. Jetzt fällt es einfach um. Willkommen, liebe Leute, zu Alpha 11. Du bist aber ein bisschen dick, warst du, ne? Was willst du jetzt von mir? Die Karte ist aber, glaube ich, ja, ähnlich. Ich habe was gesehen und zwar, das wollte ich ja unbedingt loswerden. Ich bin nicht weit weg. Kann ich das hier abfällen? Nein. Und zwar, das Coolste, was sie eingebaut haben, außer der neuen Unity 5 Engine und diversen Dingen, ist, Achtung, jetzt kommt es, Höhlen-Systeme. Oh, geil. Cool. Oh ja, so geil. Höhlen-Systeme. Also ich habe nur davon gelesen, ich meine, obala, was war das? Ich habe nur davon gelesen, aber ich brauche unbedingt ein Höhlen-System. Ich habe hier gerade Korn gefunden. Was hast du gefunden? Korn. Also Mais und so. Ein Korn, alles klar. Ja, auch mal ein blindes Huhn findet ein Korn und so, du weißt das. So, und es gibt neue Geschäfte und Krankenhäuser gibt es und... Echt, ja? Erzähl mir mal mehr. Was gibt es noch, weil ich weiß es nicht. Pfeil und Bogen. Irgendjemand hatte da schon Pfeil und Bogen, oder? Simwa, ich hab's. Aha, ich hab's nämlich gehört. Hier, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Ich seh euch da rumrennen, wartet auf mich. So, Klischee, komm raus, ja? Die spärlich begleitete Amazone rennt mit Pfeil und Bogen durch die Wildnis, alles klar. Hast du dir jetzt schon einen machen können, oder was? Ja. Was sind das für Geräusche? Ich weiß nicht, irgendwas klingt ganz schlimm. Jenny, du musst mal Joko auf den Deckel hauen, weil das geht nicht. Jo. So. Äh, wir mochten mal nochmal eine Stone. Ey, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich hab ja eh die Geschichte gespielt. Ihr habt das Reh erlegt, ne? Äh, haben wir? Das war ich. Ich hab's eingesagt. Sehr gut. Irgendwo lief ein Schwein rum. Man ist nicht mehr so schnell, kann das sein? Irgendwie ist man so langsam, auch mit Shift. Ja, kann sein, dass du nicht mehr so schnell wirst. Und die Anzeige unten, die Hälfte von Health und die Hälfte Ausdauer, kann man das irgendwie erhöhen? Ähm, das ist jetzt nur noch, du hast ja jetzt die Hälfte Anzeige, das ist, dass du nur 100% Leben hast, sozusagen. Okay, wo ist da einfach? Alles da drüber war, über 100% oder was? Also ich find das ja... Ja, das ist über 100% was da drüber ist. Ich will auch einen Bogen haben, ich will auch wie so ein, wie so ein... Achso, äh, ja, ich bin auch übrigens sehr hübsch, ne? Moment. Ja, Flecky sieht jetzt anders aus von vorne, wie so ein Adonis, ja, und dann schaust du von der Seite her an. Was? Ich seh auch von der Seite aus wie ein Adonis. Alter, wie, wie der mal voll den Aszitis-Bauch hier. Den was? Den Aszitis-Bauch. Das ist ein Leberschaden, mein Sieber. Dabei trink ich gar nichts. Aber ich trinke das Schwein nicht. Ich trinke ja auch nichts, Flecky. Aber dein Charakter anscheinend. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleiner... Kann man das hier abbauen mit? Na? Flecky, das wird nichts, ich seh dich doch da. Doch, ich hab ihn doch, was willst du denn, du? Ich hab ihn doch. Oh, man macht seine... Oh, man macht seine Stone, ähm... Was ist das hier? Diese Stone-Eggs, die macht man ja extrem schnell kaputt hier. Ja. Ja, das ist auch neu. Du kannst mit etwas Glück auch bessere Sachen craften, aber... Ich hab'n Buch. Ich hab'n Buch. War das richtig, dass man sich jetzt quasi... Was war denn das? Wer grunzt die hier? War das richtig, dass man sich jetzt quasi spezialisieren kann? Hab ich das richtig gelesen? Nein, eigentlich nicht, dass ich wüsste, also... Na, wie war das? Was bewirken denn jetzt diese Level-Ups? Dass du bessere Sachen herstellen kannst. Craften und so. Ach, ich dachte, man kann sich dann so ähnlich wie in... Wie erstes Spiel? Also, wir können jetzt nicht mehr in Vorhinein, ähm, gute Sachen ercraften. Das müssen wir jetzt alles erlernen, sozusagen. Erst mit unseren Leveln. Ja, ja. Und die Stone-Eggs macht man jetzt nur noch mit einem Stein. Jetzt nicht mehr angespitzt, zum Beispiel. Das weiß ich auch noch. Komm nicht mehr vorwärts. Warum denn nicht? Weil ich keine Ausdauer habe. Komm, Jenny, ich helf dir. Boah, oder auch nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst. Aua, natürlich hat sie mich getroffen. Alter, wie Jenny hier... Guck mal, auch noch... Das ist die getarnte U3, wie sie da im Busch sitzt. Ja, ja. Ich werde ihm jetzt aber auch einen Bogen bauen. Ich will auch so ein Ding. Wieso bist du angeht mal so dünn, Jenny? Jenny? Hallo? Ich will nichts mehr sagen. Hallo? Jenny? Hallo. Ich muss mal gerade Fraps neu starten. Macht mal weiter. Oh. Machen wir. Oh, oh, da kommt irgendwas von links an. Ich höre es. Ja, hier auch. Die alte. Du bist aufgestiegen. Oh, geil. Du bist jetzt voll der Level 2. Du kannst jetzt in die neue Instanz rein. Das hört sich so an, als würde ein Blitz irgendwo einschlagen. Noch irgendwo wer? Nee. Was machen wir dann eigentlich? Was ist geplant für diese Staffel? Wir haben uns jetzt natürlich nur hier einfach reingeworfen. Also wir haben uns hier so reingeworfen und wir wissen gar nicht, was wir neu machen und ähm, weil ja alles neu ist. Also ich wäre, ich wäre für, boah, was war denn das für ein Schuss? Semua war ich. Ähm, ich wäre für ein schönes Haus. Ein Haus. Es gibt jetzt größere Städte auf jeden Fall. Die sind ein bisschen größer. Gibt es jetzt immer noch dieser eine Hauptstadt oder wie ist das? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Städte schon etwas größer sind jetzt. Jenny ist auch aufgestiegen. Kratz. Muss ich jetzt jedes Mal Kratz sagen, wenn ihr aufsteigt? Los, lass uns mal ein bisschen jetzt die Welt angucken. Es gibt wohl auch diese Überläufe. Das weiß ich zum Beispiel. Die Überläufe sind von Biom zu Biom jetzt ein bisschen softer. Also die sind weicher gestaltet. Ist das richtig? Ich hoffe schon. Flugzeug direkt über uns. Richtig, Yonne, richtig. Na komm, wirf, wirf. Da gibt es auch, jetzt haben sie auch so Nebel eingeführt. Das habe ich schon mal auf dem, ähm, auf dem einen Screenshot gesehen. Das sieht dann schon echt hart aus. Warum jetzt erst mal einen Arrow? Ich würde jetzt erstmal ganz gerne eine Straße finden. Bei mir brucht jetzt irgendwie heute. Ähm, Knochen braucht ihr nicht mehr weg. Die könnt ihr für Arrows, beziehungsweise für die Crespo-Boards nehmen. Oh ja, ich sehe es. Okay. Cres, ich gucke mal. Crespo-Board. Crespo-Board brauchst du noch nicht versuchen. Da brauchst du jetzt Arrows für. Und Leder, genau. Ach du. Und der Bogen? Der Bow? Der ist ein bisschen freundlicher. Da brauchst du nur die Sticks und die komischen Holz. Muss ich mir mal Plennfybers besorgen? Das mache ich auch mal. Ups. Kann man den Baum hier fällen? Bringt das was? Bestimmt. Ich bleib so ein bisschen bei Jenny dran. Das ist einfach sicher. Das heißt, bei mir ist er auch total sicher hier. Ja, ja. Ist total sicher. Doch, Steine. Ich weiß nicht mehr, ob ich dir vertraue. Doch, doch. Muss ich gestehen. Nachdem du sogar den TS gelöscht hast. Doch, doch. Ich danke sie euch nicht wieder. Ich dachte mir, abends... Ja, danke schön. Du bist so ein Arsch. Ehrlich. Ja, ja. So ist das mit den beiden wieder. Die fangen wir an sich. Trubbing. Was ist das hier? Hier? Neue Blume? Oder andere? Flaggi, das ist Mais. Mais. Oh, schuldigung. Können wir mal zusammenbleiben? Hallo? Ja? Können wir mal zusammenbleiben? Sie ist mehr in den Mais gelaufen. Ich sehe euch noch nicht mal hier. Ich tracke jetzt Jenny. Ups. Jenny ist mehr in den Mais gelaufen. Ja, ich habe doch schon Mais. Letztes Mal haben wir ja einen Roadtrip gemacht. Wir können ja wieder so etwas Ähnliches machen oder so. Mal gucken. Ich will in eins dieser neuen Biome in die Krankenhäuser. Sag mal, was ist denn das für ein Loch? Oh, ein halbes Jenny-Loch. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Jenny-Loch. Gut. Meiner. Boah. Ach ja, ich habe die Zombie-Kretze nur so nebenbei. Ja, danke schön. Könnt ihr mich mal kurz beschützen hier? Ich beschütze dich. Okay. Jetzt mal nehmen wir hier die drei Federn mit. Soll ich dir auch einen Bogen machen, du? Ich habe doch einen. Ich habe nur keine Pfeile. Ich sammle gerade Federn für die Pfeile. Braucht man doch für Federn? Ja. Kurs. Sind das dieselben Pfeile, die man aus Knochen baut? Ja. Ja, okay. Ja, das sind dieselben? Das macht man jetzt auch ausschließlich mit Knochen. Ja, das gibt es doch nicht. Nee, kannst du auch mit Holzsticks weiterhin machen. Ach so. Ach, das gibt dann gleich fünf Stück. Aber ihr müsst drauf aufpassen, dass ihr die richtigen baut. War toll. Ich baue gerade die Glöpfe. Ja, wie die richtigen? Was denn nun? Die mit Holz oder die mit dem... Das ist egal, mit was du machst. Du musst nur darauf achten, dass der Stein, wenn du... Au! Nein! Den Stein musst du in der Ecke nach oben rechts setzen, damit du die für den Baum machst. Wie? Das machen wir denn gleich, wenn es so weit ist hier. Erstmal die alte. Ich bin der große weiße Jäger. Respektiere mich. Ich sehe schon, das klappt nicht. Oh, Mann, 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 Fleck. Es ist wieder amüsant mit euch, definitiv. Der große weiße Jäger schleicht durch die Wildnis. Habt ihr eigentlich die Uhrzeit und so im Blick? Weil ich kann das jetzt nicht mehr machen. Nein, der große weiße Jäger braucht keine Uhrzeit. Naja, nicht wirklich. Einschätzen kann ich es gerade... Ha! Der große weiße Jäger hat eine innere Umwandlung, die sich vollkommen ausreicht. Aber wir haben definitiv noch Zeit. Hallo? Gut, wo wollen wir denn hin? Was machen wir? Ich würde sagen, gern Süden. Da war eine Straße zum Beispiel. Warum sind wir da nicht gefolgt? Ja, das frage ich mich auch. Dann gehen wir zur Straße. Oh! Willkommen, meine Lieben. Wer übrigens neu ist, stell uns mal ganz kurz vor. Wir sind die Chaos-Truppe. Waren wir schon immer seit der Alpha 1. Gibt es das hier? Jedenfalls bei mir. Es wird auch immer so bleiben. Es wird immer so bleiben, dass... Ja, das Chaotische ist in unseren Genen einfach enthalten. Besonders in den von Flecky. Du hast keine Pfeile, ne? Hab ich das schon erwähnt? Ja, ja. Hoi! Nein, der große weiße Jäger. Sei doch nicht albern, hier ist doch gar kein Hoi. Was ist denn das hier für ein Baum? Hau ihn um, dann weißt du es. Ich schieße mal mit dem Bogen. Es klappt nicht. Oh, die Texturen sehen richtig gut aus. Wow. Und rechts visierst du an, mit links spannst du. Das geht aber auch nicht. Das auch noch. Den muss man mit R nachladen. Sag mal, wollt ihr nicht klopp machen? Der Baum will nicht fallen. Daneben. Flecky, kannst du die mal machen? Nein, ich treffe sie nicht. Was ist das? Hallo, Madame? Was ist das für ein Bogen? Der trifft nicht. Der große weiße Jäger ist empört. Oh, das gibt's doch nicht. Das geht schon alles, Fleck. Muss nur üben. Ich übe mal. Ja, der große weiße Jäger. Ja, und in welche Richtung war denn die Straße? Ähm, Norden. Die hat den voll in die Visage gekriegt. Das ist ihr vollkommen egal gewesen. Manchmal brauchen sie. Ich warte jetzt, bis der Baum hier gefällt ist. Trinke nebenbei Kaffee und ich hoffe, ihr protectet mich. Ja, machen wir. Okay. Klar, Plautz. Also dieser Baum will nicht fallen, Jenny. Ähm, äh, hallo? Ja. Was ist denn das für ein Kackbaum? Treff die nicht. Die sind alle... ...unterfussbar. Vier Loks habe ich da jetzt gekriegt? Das ist ja gar nichts. Die Sau! Der rennt, die Sau! Fleck! Was denn? Wo denn? Ach, die da. Danke. Wer nimmt sie mit? Ich. Ich mach schon. Ich nicht. Ich will nicht stinken. Nein, nein. Ich stinke eh schon. Oh, fängt das schon wieder an. Oh, mein Bogen. Was mit dem? Was? Den habe ich gerade mit dem Kuh weggeworfen. Können wir jetzt mal. Ja, wir sind ja unterwegs. Ja, da so ist die Richtung. Die richtige Richtung. Das ist ja auch schön. Ist das hier, ähm, Savanne? Also, ist doch auch irgendwie neu. Nein. Beziehungsweise, wir haben es nie gefunden. In unserem Staffel 5. Wo seid ihr denn? Wie seid ihr denn da rüber? Nach Norden. Ich sitze in einem Loch. Ich sitze in einem Loch. Ja, das ist ja irgendwie nicht anders. Jenny in einem Loch. Das sind die alten Zeiten. Ja, aber ich will nicht. Wo bist du denn? Ich kann doch nicht mal springen hier drin. Im Loch halt. Wie ist denn das? Was? Wo bist du denn jetzt? Jenny? Du bist weggepackt. Hilfe, wo bin ich? Jetzt wüssten wir auch gerne. Geh mal nachgucken, los. Geh mal rein da nachgucken. Alter. Aua. Ich bin weggepackt. Ja, wo bist du denn jetzt? Irgendwo oben. Irgendwo oben? Über uns? Siehst du uns denn? Guck dich doch mal um, Jenny. Was siehst du? Ich sehe Wolken. Aber wo bist du? Kann man nicht hier die Erde machen? Guck mal, Flaggy. Mach mal die Erde weg. Ich fang doch jetzt nicht an zu buddeln hier. Jenny. Hier ist oben, hat sie gesagt. Hier bin ich meilenweit weg von euch. Ihr steht da an einem Fleck und ich bin irgendwie... Wir müssen hier weg. Jenny? Jenny ist da hinten irgendwo. Was? Komm, Flaggy, wir hauen ab jetzt hier. Ja. Ich habe ihn erschossen. Freunde, wir beenden mal die Folge und werden Jenny in luftiger Höhe das nächste Mal abholen. Doch. Kommst du jetzt? Ich muss die... Ich bin der große weiße Jäger. Das kannst du später auch noch machen. Komm. Ja. Wir hauen jetzt hier ab. Tschüss. Ich hilfe, schreibt sie. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. So, ich...